So, die Laura ist da. Hallo Laura. Hi. Was machst du denn hier auf der Convention? Ich bin mit den Bärten im Bademantel hier und mache ein bisschen Stimmung bei den Leuten und trinken mit den Leuten. Das klingt dann auch ein Traumjob. Das ist der perfekte Job. Und was machst du im Alltag noch für einen Job? Ich hole momentan mein Abitur nach und mache nebenbei noch Zähke seit fünfeinhalb Jahren. Also in der Gastro. Richtig. Dann bist du ja gewohnt mit Trinken und Stimmung. Deswegen bin ich auch die Perfekte dafür. Was möchtest du nach dem Abi machen? Oh, das ist eine sehr gute Frage, da in Deutschland ja der NC sehr vorherrschend ist und man auch je nachdem, wann man fertig ist, gucken muss, wie hoch der gerade ist. Und orientiere mich dann dementsprechend in diese Richtung und wo ich dann auch angenommen werde. Aber weißt du schon ungefähr eine Richtung, die dich interessieren würde oder so am besten wäre? Ich überlege momentan nach England zu gehen und da gibt es das Studienfach Kriminologie, was es in Deutschland nur als Masterstudiengang gibt. Und da kannst du halt direkt auf Bachelor machen und wäre dann ein bisschen zeitsparend. Ist das so, Kriminologie ist es in Richtung Polizei, Kommissar, Detektiv, was ist das genau? Ja, Kriminologie ist mehr so ein bisschen in die soziale, psychologische Richtung. Deswegen gibt es das in Deutschland nur als Master. Du kannst vorher Psychologie, Soziologie studieren, aber halt nicht direkt Kriminologie. Also es ist nur ein Anschluss daran. Und weißt du schon, ist das was, wo die Tattoos dann vielleicht eher stören würden? Also das ist ja zum Beispiel auch den Händen was, so relativ sichtbar oder geht das klar? Das ist die große Frage. Also da es in Deutschland eh recht wenige Jobs gibt dafür, müsste ich wahrscheinlich dann auch direkt in der englischsprachigen Richtung bleiben. Also es wäre dann wahrscheinlich ein Auswandern für immer. Müsste man dann je nachdem gucken. Das ist natürlich auch eine krasse Entscheidung. Ja, das stimmt. Würdest du dich denn vom Herzen her eher für die Tattoos oder eher für das berufliche Wohl entscheiden? Ich sag mal so, um für das berufliche Wohl zu entscheiden, ist es ein bisschen zu spät. Deswegen, ich sag mal so, wir haben ein einziges Leben, höchstwahrscheinlich. Und da sollte man aussehen und machen, was man möchte und nicht sein Leben lang mit 40, 50 denken, so, boah, hätte ich doch mal. Und dann in die Midlife-Crisis kommen. Deswegen lebe ich jetzt und heute. Sehr gut, sehr gute Einstellung. Was sind denn deine nächsten Pläne, so was Tattoos angeht? Oh, weißt du schon was? Momentan habe ich so gar nichts geplant. Ich habe weder Zeit noch Geld dafür. Und muss einfach mal schauen. Also ich möchte einfach mal, ich habe ja noch einige Baustellen und angefangene Tattoos, die sollten erstmal fertig werden, bevor ich was Neues anfange. Und dann einfach mal. Es ist sowieso immer sehr spontan gewesen bei mir. Was war denn dein allererstes Tattoos? Hier unten auf der Hüfte. Das war auf einem Sofa. Sehr vorbildlich. Und dann in einem Studio war tatsächlich dieser Schlüssel hier als erstes da. Und ich bereue gar nichts. Das gehört zum Leben dazu. Das Fehler gehören dazu oder nicht so tolle Entscheidungen. Aber trotzdem sollte man so leben und sowas machen, dass man immer damit leben kann. Und deswegen würde ich jetzt, wenn es jetzt nicht total gerottschig wäre, auch nichts überstechen lassen. Also du hast noch alles, was du dir gehasst machen lassen? Richtig. Also das Einzige, was überarbeitet wurde, ist das hier tatsächlich. Das ist aber auch nur verschönert worden, weil es halt nicht ganz so toll gelungen war. Aber ich wollte dieses Motiv auch beibehalten und ein Blackwirk, das weiß ich nicht, wäre für mich jetzt keine Option. Ja, so ganz schwarz drüber gehen. Bist du denn immer beim gleichen Tattoo-Wirker gewesen? Ja, Sofa, wahrscheinlich bist du nicht bei dem geblieben, ist mir jetzt auch klar. Aber sonst, ansonsten? Ne, es ist eigentlich zwei, drei sind vom selben, aber ansonsten war das immer jemand anders. Und das war immer spontan? Oder hast du doch öfter nochmal länger überlegt, hast du länger einen Termin, hast dich drauf gefreut? Und was geplant? Das Längste, was ich je gewartet habe, war, glaube ich, drei Wochen. Krass. Ansonsten waren es auch einfach Kollegen. Ich war vorher auch Piercerin, die gesagt haben, boah, ich hätte mal Bock. Weil ich auch, ja, man sieht es vielleicht nicht ganz so, aber ich bin relativ weiß. Und Argentinier und Spanier, das waren immer so Gasttätowierer, die hatten mega Bock da drauf. Und dann haben wir immer gesagt, ja, was machen wir denn? Und haben dann eigentlich von jetzt auf gleich was gemacht. Wie meinst du das mit, also, dass die Argentinier und Spanier nicht so oft ungebräunte Haut tätowieren, oder was wolltest du jetzt noch sagen? Scheinbar, scheinbar, genau. Die haben dann gesehen, so, boah, bist du weiß? Und hatten dann auch teilweise gefragt, boah, könnte ich vielleicht so ein Stück von deiner Haut? Und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil die auch super Arbeiten gemacht haben. Geil. Das ist auch interessant. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass die dann sagen, das ist schön weiß, die Farben kommen so schön zur Geltung. Ja, gerade in der Farbe, also es ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, das Pferd hier oder auch dieser Vogel hier. Ja, das knallt dann schon mehr raus. Möchte ein bisschen was zu deinen Motiven erzählen? Jetzt möchte jeder natürlich die Bedeutung dazu wissen. Ja, so krass würde ich ja gar nicht ins Detail gehen, aber es interessiert mich immer, ob jemand sagt, ja, ich will das einfach, weil es schön aussieht und weil es an die Stelle passt. Oder ob es auch so eine gewisse Bedeutung dahinter gibt, eine Geschichte. Bewusste Bedeutung hat es außer eins, beim Stechen tatsächlich gar keins. Also im Nachhinein habe ich dann teilweise gemerkt, dass es doch mehr mit mir zu tun hat, als ich anfangs gedacht habe. Also zum Beispiel das hier. Ist das Maria Antoinette? Richtig. Geköpft? Richtig. Ich bin jetzt auch im Geschichtsleistungskurs und finde auch ihre Persönlichkeit sehr, sehr interessant. Vor allem dieser Spruch, wenn das Volk kein Kuchen hat, soll es doch, nee, andersrum, wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen. Genau. Fälschlicherweise sagt man bis heute, das sei ja von ihr gesagt worden. Okay, und es ist nicht so. Richtig. Jean-Jacques Rousseau hat es 1766 gesagt, vier Jahre, bevor sie Ludwig XVI. geheiratet hat. Und ich finde das halt sehr interessant, dass Menschen bis heute andere Menschen verurteilen, ohne anderes zu wissen darüber und zu hinterfragen, was war da eigentlich genau. Deswegen kann ich mich doch mehr damit identifizieren, als man denkt. Ja, nicht schlecht. Wie ist das denn so in, also ist dir das schon mal passiert, wegen deinen Tattoos, dass du irgendwie falsch eingeschätzt wurdest? Ein einziges Mal, da war ich auf der Straße und wollte einen Weg erfragen. Da war so ein älteres Ehepaar und die Dame da vorne ist weggerannt und, nein, nein, ich gebe ihm kein Geld. Und der Mann hatte das gecheckt, dass ich halt nur den Weg fragen wollte und hat sich bei mir entschuldigt. Aber das war auch die einzige negative Erfahrung tatsächlich bisher. Und hast du mit diesen Tattoos, mit deinen Tattoos, auch schon auf Fotos irgendwas gemacht? Habe ich gehört? Ja. Ja, ich habe da was gehört. Ja, es war tatsächlich, ich habe Fotos gemacht, bevor ich die Tattoos hatte, weil ich unter 18 nichts durfte. Meine Eltern meinen sehr, sehr, sehr streng. Und die Fotos sind trotzdem geblieben und es ist natürlich, nach und nach kamen mehr Tattoos hinzu, sodass das Ganze auch in die Tattooszene oder Schiene, wie auch immer man es nennen mag, ging. Und was ist da so, also hast du so ein Projekt oder zwei, drei Projekte, die so am coolsten waren, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder besonders interessant war? Ich finde eigentlich, jedes hat so seine eigene Story oder seine eigene, ja, es ist halt jedes Mal was eigenes. Also, ob es jetzt das Sofa war oder ob es halt jetzt dieses, also mein Lieblings-Tattoos ist zum Beispiel das hier, ob es jetzt halt das war von einem richtigen Profi. Alle sind irgendwie gleich wertvoll bei mir. Ich finde es halt nur das am schönsten jetzt persönlich. Meistens ist das Lieblings-Tattoos ja auch das neueste. Ist das das neueste? Also bei mir meistens? Ich glaube tatsächlich ja, ja, ich bin nicht mehr ganz so sicher, aber ja. Aber was ich eigentlich wissen wollte war, ob du ein Lieblings-Shooting hast, also ob da irgendwas gewesen ist, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, eine besondere Location oder irgendwas. Das Besonderste war, als ich in die Badewanne gefallen bin. Was? Da haben wir ein Badewanne-Shooting gemacht und bin dann auch ausgerutscht, was sehr lustig war und Gott sei Dank glimpflich ausging. Das klingt auf jeden Fall cool. Gibst du ein Bild davon, von dem Outtake? Von dem Outtake leider nicht. Schade. Aber wir hatten jetzt ein neues Badewanne-Shooting, da haben wir ein weiser Voraussicht die Kamera angemacht, aber da bin ich tatsächlich nicht hingefallen. Kann man ja auch nicht planen. Ja. Apropos Pläne, hast du für dieses Jahr noch irgendwas Interessantes geplant, was du mal erzählen möchtest? Oh, was heißt Interessantes? Ich gönne mir dieses Jahr mal Urlaub in Wales. Das möchte ich gerne sehen, weil meine ehemaligen Pferde daherkommen und ich auch generell kältere Gegenden bevorzuge. Echt? Also ist das heute für dich schon zu wahr? Es geht. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der Luft hier drin und dachte, es wäre deutlich schlimmer, aber es ist echt ertragbar hier. Und hast du jetzt für die Conventions noch irgendwelche Pläne? Also lässt du dich auf Conventions auch manchmal stechen? Oder was machst du heute noch? Was machst du heute noch? Nein, so war es nicht gemeint. Ich wurde heute Abend gefragt, ob ich mitkomme zum Trinken und noch irgendwas. Das habe ich nicht verstanden, musste aber meine Faust drauf geben. Ich habe, glaube ich, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Ja, das kann hier schon mal schnell passieren. Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert und dass wir uns morgen wiedersehen. Bist du morgen wieder hier? Ja. Sehr gut. Und wenn du noch etwas weißt, was du über dich noch erzählen möchtest, dann kannst du es gerne noch erzählen. Ansonsten wäre ich mit meinen Fragen fertig. Ja, ihr könnt gerne ein Like auf Linz Sanity hinterlassen. Ja, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Okay, vielen Dank für das Interview. Super. 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 Super.